Wieso? Öl? Irgendwo? Wer hat denn bestimmt noch irgendwas? Da muss man doch bestimmt irgendwo Öl reinmachen, ne? Aber wo? Wo ist denn hier das Piniken dafür? Oh, okay. Der hat aber kein... Hä? Oder fehlt hier irgendwas? Anschalten hab ich ja schon. Oh, scheiße. Oh, nein! So, okay. Okay. Nein. Okay. jetzt wieder absteigen den kann ich abnehmen den Tank wo kommt denn hier Öl rein oder sowas Öl mit in den Tank machen bist du sicher ich kann die aber so auch nicht raustragen wenn es ein Zweitakter ist ja Öl bleib stehen hatten wir hier irgendwo Öl Wasser ach hier ist noch Benzin guck mal hier sieben Liter nimm auch mit bleib stehen scheiße kann ich das so reinschütten wo ist jetzt der Knister ach der liegt ja dropp nein so jetzt bleib an der Wand stehen bitte so jetzt okay gut okay so der kann wieder drauf Motorrad ist müde ja äh wir brauchen Öl nicht gut hier hat man alles schon durchgeguckt ne Küche ähm ach ich kann wieder nicht essen warte Berlins kann ich noch an die Größe ich ich so ja müssen wir oben nochmal gucken gehen und wir haben noch ein Auto draußen vielleicht ist da irgendwie Öl ich würde gerne Motorrad fahren hier 0,8 Liter da und einfach in den Tank seid ihr sicher jetzt jetzt liegt die Möhre schon wieder wie viel 10% 11% reicht das jetzt jetzt johol das erste Mal ich Motorrad fahren im Spiel wie geil ist das okay okay haha guck dir die abs dann okay cool was wird noch Susi wir können Susi doch nicht allein hier lassen Susi hey was machen wir mit der die können wir gar nicht mitnehmen wo ist die kann man die nicht drauf kleben oder sowas geht das nicht lass dich doch nicht so hängen Susi hä körpchen meinst du das geht Susi Susi muss anhaften ja aber das geht ja nicht und das mit dem Teil anhaften das geht doch sowieso nicht das geht doch nur beim körpchen ne warte mal ne das kannst du nicht anhaften hm 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 Vielen Dank. Hält das? Warte, wir müssen gucken. Ach, was für perverse, Alter. Lass die Luft raus, roll sie zusammen. Was? Ekelhaft. Kann doch nicht schlafen. Hä, kann ich auf dem Motorrad nicht schlafen? Ach so, so. Was macht Star Wars? Ja. Ja. Warte, ich will mal fahren damit. So, pass auf. Guck mal, wir fahren mit Susi. Okay. So. Wir brauchen aber Essen. Wie mache ich das? Okay, so. So. Die lernt doch beim ersten Rubel fliegen. Ach, hat ihr mal. Ja. Ich will gut. Vielen Dank.